Der Feinripp Adventskalender. Schlechte Witze, so lala erzählt. Was besinnlich ist. Warum findet ein Henker niemals den Rückweg? Weil er nur die Hierrichtung kennt. Es war pelzig. Es war pelzig, aber es war gut. Meine Zunge ist schon ganz pelzig. Besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen euch Alex, Christoph, Harry, Michel und Monschi.